Herzlich willkommen zurück hier beim Digital Workplace Track bei der Tools for HL Teams 2020. Wir haben den für heute letzten Vortrag in diesem Track für euch vorbereitet. Und ja, den wird der Dennis Erdmann von der UZNUZ AG halten. Und der Dennis ist schon seit einigen Jahren mittlerweile im Unternehmen, hat den kompletten Weg von einem, ich nenne es mal Intranet 1.0 bis zu dem heute dann ausgerollten Quarko-Intranet auf Linspin-Basis verfolgt und wird da jetzt ein paar Einblicke geben. Der Vortrag trägt den Titel Internationales Intranet, konzernübergreifend und standortspezifisch. Und ja, ich begrüße erst mal den Dennis, der hier mit mir schon in der Leitung ist. Hi, servus. Und da würde ich dann sagen, du kannst auch von meiner Seite aus direkt loslegen. Wenn du bereit bist, dann sind wir es auch. Allen viel Spaß beim Vortrag. Fragen gerne direkt im Chat stellen. Und Dennis, the stage is yours. Perfekt, super. Danke. Ganz am Anfang möchte ich mich auch bedanken, dass ich es hier vorstellen darf. Unsere Lösung, den Namen ist ein bisschen sperrig, internationales, Intranet, konzernübergreifend und standortspezifisch, um es noch sperriger zu machen. Desktop-App, Touch und inklusive Rolloutplan. Aber sehen wir gleich, was das bedeutet. Unser Intranet heißt Quarko, wie Daniel es schon gesagt hat. Worauf will ich heute raus? Was will ich heute zeigen? Erstmal die Mitarbeiterstruktur, weil ich finde, dass man verstehen muss, wie wir aufgebaut sind, damit man die Lösung versteht. Sehr, sehr individuell immer. Die Motivation, die Vision, das EILS-System so ein bisschen. Das Team, was das neue Intranet ausgerollt hat. Die Rollout-Strategie. Das war für uns so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Dann Trainings, Zahlen und Fakten. Und zum Schluss will ich nicht mit den Herausforderungen, die will ich euch schon zeigen, weil davon kann man lernen. Wie geht's los? Die Ozenutz AG und ihre Mitarbeiter kennenlernen. Was sind wir? Die Ozenutz Group kennt man vielleicht nicht so. Wir sind ein Unternehmen, welches sich für den Boden, Bodenkleber, alles, was mit Boden zu tun hat, Parkett zu tun hat. Wir haben eine Strategie Passion aktuell fünf Jahre lang und der Bodenleger ist unser Kunde, der Großhandel, Industriepartner. Alles um das Thema Boden. Vielleicht dem geneigten Handwerker, dem Profi-Handwerker bekannt sind die Marken, die da drunter sind. Das ist auch ganz speziell. Es ist jetzt nicht wichtig, welche Marken das sind, aber es sind diese sieben Marken. Kodex, Fließe, RZ sind für Böden, Reinigungsmittel, also alles, alles mit dabei, Palman-Pakett und Uzin, unsere Hauptmarke für die Kleber-Estrich-Boden-Pakett. Warum ist das so wichtig? Naja, weil diese ganzen Unternehmen, eigenständige Unternehmen unter dem Ozenutz Group Dach sind und damit auch eine eigene Identifizierung haben mit dem Unternehmen. Sie sind also eher Kodex-Mitarbeiter als Uzin-Uz-Group-Mitarbeiter, was natürlich für ein Intranet in der Group schon beachtet werden soll. Deshalb, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Wie schaut die Group aus? Wir haben 1318 Mitarbeiter. Ich glaube, das war Ende letzten Jahres die Zahl. Halb Inland, halb Ausland. Auch ganz interessant. Hier auf der rechten Seite sehen wir 42% Vertrieb. Okay, die sind auf der Straße, die sind unterwegs. Die sind jetzt nicht ganz klassisch am Rechner, im Büro. Wir haben Produktion, 25,7%. Also das heißt, die haben ja gar keinen Zugriff klassisch auf ein digitales System. Dann Verwaltung, Forschung, Entwicklung, Auszubildende, Vorstand. Gut, die sitzen natürlich den ganzen Tag vorm Rechner. Da ist jetzt die Herausforderung vielleicht eine andere, aber nicht der Zugang oder die Arbeit damit. Das ist wichtig zu wissen, um unsere Lösungen zu verstehen. Wir sind verteilt weltweit. 20 Standorte in Europa, 4 Asien, 2 Nordamerika. Also auch das Thema Sprache und Internationalisierung spielt eine Rolle. Die Motivation, warum wir überhaupt ein neues Intranet haben wollten. Wir hatten eins, das war sehr Top-Drawn-getrieben, sehen wir gleich nachher noch. Und die Motivationen waren jetzt eben weg vom schwarzen Brett hin zum Wiki. Web-basiert, barrierefrei sollte es sein, VPN oder mobil. Mehrsprachigkeit im kompletten System. Projekt-Tool integrieren. Jira ist bei uns im Einsatz. Das passt natürlich gut. Wissen über die Standorte hinaus global zur Verfügung stellen, also ein Group-Wissen auch zur Verfügung stellen und nicht nur am Standort immer gekapselt zu haben. Marken sollen sich identifizieren können, hatte ich eben schon. Man ist eher Kodex-Mitarbeiter als Ozenus-Group-Mitarbeiter. Gleicher Wissenstand für alle. Transparenz, großes Thema. Schnelle und gezielte Informationsweitergabe. Alles in allem ein Tool als Zentrale für Wissen, News und Soziales. Genau, das ist die Aussage, die wir quasi hatten, als wir mit dem Projekt 2017, 2018 angefangen hatten. Kurz der Weg dahin. Dann haben ja vielleicht auch manche vor sich. Wir hatten ein altes Internet und die neue Vision. Es gibt das Thema Technik, Kommunikation, Social und Projekte. Okay, wir machen auch natürlich Projekte. Wie sah das im alten Internet aus? Die Technik, kein Standardsystem. Es war eine Eigenprogrammierung, sehr sperrig, sehr langwierig, wenn man neue Features ausrollen wollte. Es war on-premise, okay. Es war eine Web-Anwendung, aber nicht responsive. Also, es heißt quasi auf dem Rechner gut, aber dann war auch die Grenze erreicht. Kommunikation war top-down. Also, die Unternehmenskommunikation hat gepostet. Dann konnte man liken und wenn man wollte, antworten. Wird nicht so genutzt. Es war hauptsächlich nur am Standort Ulm. Also, eigentlich war es nur am Standort Ulm. Und ihr habt es ja gesehen. Es waren ja schon, wir haben schon viele Standorte. Also, ist das natürlich viel zu wenig. Es war nur auf Deutsch. Social Feeds war vorhanden. Das war, das ist das Kern. Das war schon gut. Haben die Leute auch akzeptiert. Projekte waren gar nicht drin. Es war nur Kommunikation, News, Downloads, PDF-Downloads. Das war's. Okay. Die Vision. Die Vision war natürlich, jetzt ein Standardsystem zu nutzen. Wir wollten etwas, was schon etabliert ist, wo wir einfach Features andocken können, Plugins installieren können. Wir wollten ein System, was skaliert werden kann, wo wir keine Systemresourcen-Probleme haben. Es sollte webbasiert bleiben. Es sollte aber eben noch mehr sein. Es sollte eine App geben können. Es sollte eine Lösung für die Kantine geben können. Das sehen wir gleich nochmal. Die Kommunikation, News aus Corporate Communication für alle Standorte in den Hauptsprachen veröffentlichen. Deutsch, Englisch, Niederländisch und Französisch. Das sind die Sprachen, wo eben, sag ich jetzt mal, 90 Prozent der Mitarbeiter sprechen. Und die Idee war eben, den Mitarbeitern das gesamte Internet in ihrer Sprache zur Verfügung zu stellen und nicht zu sagen, Englisch ist die Hauptsprache. Standorte sollten sich intern und global kommunizieren können, also auch in ihrer Welt kommunizieren können, aber auch in die Group quasi rausrufen können. Social Feed sollte da bleiben, aber sollte ein bisschen moderner werden, ein bisschen dynamischer werden. Projekte sollten integriert werden mit Protokollen, mit eben Dokumentationen und allem so drum und dran. Das Ganze gepaart mit einem Berechtigungsschema, weil nicht alle Projektdokumente sollen von allen gelesen werden. Gut, altes, neue Vision. Wo sind wir dann schließlich gelandet? Eins noch vorweg. Ein Spielverderber gibt es natürlich auch immer wieder. Gut, okay, das ist natürlich überspitzt, aber die IT-Regeln müssen eingehalten werden. Und deshalb das auch noch als Rahmen drumherum. Wir haben so eine Art No-Cloud-Policy. In Deutschland, glaube ich, gar nicht so unüblich. Damit mussten wir zurechtkommen. Das ist natürlich im VPN nur erreichbar. Die AD soll als zentrales System wirken. Die User sollten dort nicht manuell angelegt werden, sondern wenn ein neuer Kollege in, weiß ich nicht, UK anfängt, dann soll der automatisch in den richtigen Berechtigungsschema-Task und in den richtigen Gruppen drin sein. Das haben wir hinbekommen. Und eine Regel war auch noch, dass es sollte kein zweiter Dateiablageort werden. Also, ihr seht, wir haben uns schon auch Gedanken darüber gemacht, wie die Leute damit arbeiten sollen. Wir haben die maximale File-Upload-Grenze auf 50 Megabyte geschraubt, um eben keinen zweiten Dateiablageort zu haben. Trotzdem uns Gedanken gemacht, wie wir das lösen können, damit die Kollegen verstehen, was wohin gehört. Es gehört immer ein starkes Team dazu. Die Folie habe ich auch reingetan, weil ich einfach transportieren will, wie wir es geschafft haben, das quasi als so, ich sage mal so, Graswurzelbewegung, oder wie nennt man das, so ist es bei uns gewesen. Es war nicht, dass der Vorstand gesagt hat, wir brauchen ein Intranet, sondern es waren eher die Mitarbeiter, die gesagt haben, wir brauchen irgendwas, wo wir unsere Daten ablegen. Wir brauchen etwas Modernes, wir brauchen etwas Übergreifendes. Und ein starkes Team sieht bei uns so aus, dass der Bereichsleiter Personal-IT mit im Team war. Diese vier Leute sind das Kernteam gewesen, die quasi das gesamte System dann ausrollen konnten. Der Bereichsleiter Personal-IT war eben die Power nach oben, also das eben zum Vorstand zu tragen und hier die Überzeugungsarbeit zu leisten. Corporate Communication, Leiterkommunikation brauchen wir natürlich, weil das System ist ein Kommunikationssystem und das war eben hier unsere Leiterin, die die News- und die Infopower hat, der, das finde ich ganz spannend, der Leiter Recht ist mit im Team gewesen, ein Kollege, der sehr strukturiert ist, der auch das Thema, wird das nicht ein totales Chaos in diesem Intranet lösen will, wollte und immer noch dabei ist. Das ist eine Never-Ending-Story. Ich habe es in ein paar Tracks davor auch gehört. Ja, wir versuchen das eben zu reglementieren, wie die Inhalte geschrieben werden und das ist unser Mann gewesen, der das auch bei uns eben forciert hat. Und eben, das schafft man nur, wenn man immer dran bleibt. Klar, Templates sind eine Lösung, aber das war sehr spannend, hier den Leiter Recht mit dabei zu haben. Und dann ich als die Technik-Power, die eben das Gesamte mit umgesetzt hat. Wir hatten keine Agentur im Hintergrund, wir haben das alles selber gemacht. Wir hatten auch kein Confluence im Einsatz. Unsere Kollegen kannten das überhaupt nicht, diese neue Art zu arbeiten und das war das Team, die das gesamte System ausgerollt hat. Wo sind wir gelandet? Hier sind wir gelandet im Quarko. Warum heißt es Quarko? Erkläre ich hier nicht. Wenn es interessant ist, dann fragt es in den Kommentaren. Dann haben wir schon eine Frage. Wenn wir uns die Startseite anschauen, hier, ja, also ich habe ein paar Tracks angeschaut. Zum Schluss landet man immer bei so einer Darstellung. Ich muss allerdings sagen, wir haben drei Monate gebraucht, bis wir hier gelandet sind. Man hätte es auch schneller haben können, aber wir haben das da eben vor drei, dreieinhalb Jahren gemacht und wir mussten uns da dran tasten. Und ich finde es dann immer sehr spannend zu sehen, dass zum Schluss die Startseiten immer fast gleich ausschauen. Ist aber auch eine kleine Bestätigung. Also es gab auch welche, die anders aussahen. Die fand ich dann aber nicht ganz so intuitiv. Und ich finde dieses Design schon intuitiv. Wir haben eben die entsprechenden Dinge hier direkt im Blick. Was heißt das genau? Wir haben hier oben, ich gehe durch alle Elemente kurz ein bisschen durch. Wir haben hier oben die Start, die Header-Leiste, nenne ich jetzt mal, klassisch. Warum hebe ich die jetzt so hervor? Die ist doch ganz normal. Nee, ist sie nicht. Ich habe euch ja eben gesagt, wir sind sieben Marken. Wir identifizieren uns, wenn wir nicht für die Group arbeiten, wie ich das tue, eher über die Marke. Und da haben wir Designs erstellt, um den Mitarbeitern der Marke das Gefühl zu geben, sie sind auch in ihrem Intranet. Die Startseite ist Quarko, ist so. Aber wenn sie Projekte machen, dann können sie jeden Einzelnen ihrer Bereiche entsprechend mit ihrem Design versehen. Und wenn sie dann eben in einem Meetingraum sind und eine Meeting-Note schreiben, eine Projektdokumentation schreiben, etc., dann haben sie ihr Look and Feel, ihre CI und fühlen sich wohl. Wie haben wir das gemacht? Ganz easy über dieses Linchpin, ich glaube, Themes oder wie das heißt, und dann über die Kategorie. Also, das kann sogar jeder Kollege für seinen Bereich, wenn er einen Bereich erstellt, direkt selber machen. Super easy. 15 Designs ungefähr haben wir für jede Marke natürlich eins und dann gibt es noch so Business Units. Genau. Finde ich klasse. Der Mensch ist natürlich das Wichtige. Der muss mitmachen und wenn der sich identifiziert, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die Menüleiste. Auch hier, die habe ich jetzt heute schon fünfmal gesehen oder so. Aber auch hier haben wir ein bisschen was anders gemacht. Uns war es wichtig, ich habe es eben schon mal erwähnt, der Franzose soll Französisch sehen und nicht Englisch. Auch nicht die Group-Inhalte, die Konzern-Inhalte auf Englisch, sondern die sollen auch auf Französisch sein. Und das haben wir hier eben gemacht. Ich habe hier rechts mal kurz das Beispiel des Menüs. Wir sind in Group, wir sind in Compliance, wir sind in IT-Direktive. Und das heißt hier halt Direktivs und den Direktivspuch, Medias. Das war uns wichtig. Die Franzosen sprechen gern Französisch, also soll auch ihr Menü auf Französisch sein. Wir haben es geschafft, dass auf der Startseite für Frankreich kein einziges Englisches, natürlich kein deutsches Wort auch nicht, da ist. Haben wir mit diesem Menu Structure gemacht. Wir haben die zwei Felder Company und Locale rausgezogen und damit das gemacht. Ihr seht hier den Scrollbalken oben rechts, der ist ziemlich klein, heißt die Seite ist ziemlich lang. Okay, aber der Aufwand lohnt sich, lohnt sich definitiv. Gehen wir kurz durch die Menüpunkte durch. Auch das habe ich heute schon öfters gesehen, finde ich trotzdem spannend. Wir haben einen Menüpunkt, der heißt Group. Da passiert alles, was die Group betrifft. Da passiert alles, was die Strategie ist, die Historie des Unternehmens. Uns gibt es seit über 100 Jahren, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, ist es doch spannend. Mit einem Klick in der Historie zu sein, dort haben wir so einen kleinen Film, den Historienverlauf, die ganzen Vorstellungen, die es gab. Klasse, klassischer Inhalt für Group. Haben wir Kollegen, überspringe ich, weil ich es total sinnlos finde, diesen Menüpunkt-Kollegen, kommt aus dem alten Quarko. Die Mitarbeiter wollten einen Punkt haben, wo sie alle Kollegen sehen. Ganz ehrlich, ich gehe ins Suchfeld rein und trage einen Erdmann und finde den Kollegen. Aber gut, wir lassen den Punkt da. Dann, der dritte Menüpunkt ist immer der Standort-Menüpunkt. Das heißt, für mich Ulm, der Hauptstandort ist in Ulm, dort, wo ich arbeite. Wenn es die Marke ist, dann steht da zum Beispiel Codex. Wenn es ein UK-Standort ist, hier steht da UK. Und das ist, wer Confluence kennt, einfach einen Bereich berechtigt, automatisch für die User mit der Gruppe und mit dem Menü eben entsprechend konfiguriert. Dort fühlt man sich dann gleich zu Hause. Der Punkt Wiki, vier Buchstaben, super klein, aber mega Bereich, der eben wie Wikipedia unser gesamtes Konzernwissen beinhaltet, was nicht projektspezifisch ist. Den haben wir auch in vier Sprachen übersetzt, mit dem Language-Makro, wo man dann schön sieht, hey, du bist gerade auf der deutschen Version, willst du nicht auf die englische gehen? Passt also auch sehr gut. Hier gibt es Sachen wie IT. Ich habe vergessen, wie das WLAN-Passwort im Standort Würzburg ist. Ich habe vergessen, wie ich meine PIN beim iPhone ändere oder so. Alles hier drin. Die IT hat hier richtig Power gegeben, vor der Einführung das einzutragen. Haben wir in Hackathons gemacht. Komme ich gleich nochmal dazu. War ein sehr schönes Tool, um das Gemeinschaftsgefühl und eben die Power reinzubekommen. Die Home ist für jede Gesellschaft gleich, hatte ich schon gesagt. Die Franzosen sehen kein einziges deutsches oder englisches Wort. Wir haben hier eben das so entsprechend aufgebaut. Es wird aus dem Profil gezogen. Ich ziehe mir da eben die Locale raus und die Company und kann dann mit dem Personalized Content Configuration dort die entsprechenden Home Screens ausliefern. Nicht schlimm, warum man nicht programmieren kann. Dann haben wir die Home-Seite. Schauen wir uns kurz ein bisschen genauer an. Wir haben hier die Home-News-Kacheln, die wir dort ausspielen. Auch dort, wir sehen hier unten, hier unten steht Ulm. Das wird nur in Ulm ausgespielt. Das ist in Group. Also auch das Berechtigungskonzept wird hier gezeigt. Wir haben nur zwei Kacheln angezeigt, weil wir denken, das langt erstmal. Das Intranet lebt. Und für den Moment ist das ganz gut. Was wir hier allerdings auch noch haben, das will ich noch herausheben, weil uns geht es wirklich um die Mitarbeiter auf den Standorten. Dort ist es so, dass wir die News, wenn man drüber hovert, haben wir quasi das aktiviert, dass man den Teaser-Text sieht. Hier also Dear Colleagues. Und für die gleiche News, wenn der Deutsche drüber hovert mit seiner deutschen Sprache, sieht er die gleiche News, aber mit dem deutschen Teaser-Text. Es ist aber die gleiche News. Wir sehen hier 26 Likes. Also die werden geshared. Da haben wir uns was überlegt. Da gab es zwar was, aber da haben wir uns ein Makro selber geschrieben. Will ich auch so als kleine Message geben. Kleine Makros zu schreiben ist nicht schlimm. Kann man sich auch ranwagen. Finde ich auch den Vorteil von so einem System, bei dem man viel selber machen kann. Das finden die Kollegen auch toll. Funktioniert übrigens auch in der App. Das heißt, die gleiche News mit dem Makro spielt den entsprechenden Text aus. Wo geht es weiter? Microblog. Ja, ist wichtig. Muss man haben. Dort kommen die kleinen Sachen hier. Clickshare, Konferenzraum 1 oder wir verkaufen oder der Adventskalender ist da gerade drin. Auch hier standortspezifisch. Man sieht direkt, das wurde im Standort Ulm ausgespielt. Und dann kann man liken und kommentieren. Die Termine haben wir noch mit drin. Startseite hat also auch die nächsten sieben Termine. Zum Beispiel, wenn das zentrale Controlling sagt, die Deadline für die Zahlen im Konzern ist dann und dann, taucht das auch hier auf. Es tauchen auch Schulungen auf, an denen man sich zubuchen kann. Alles passiert hier in den Terminen auch noch. Scrollen wir ein bisschen weiter runter. Wir sehen hier wieder weitere Posts. Dann hier in Haksbergen zum Beispiel. Das ist für die Holländer. Da ich den Rollout gemacht habe, sehe ich halt natürlich für alle Standorte die Inhalte. Aber die Kollegen sehen dann nur die entsprechenden. Nämlich auf der rechten Seite dann noch so ein bisschen die Favoriten eingebaut. Standard Makro. Eigentlich hatte ich das nur eingebaut, um da den weißen Platz etwas zu füllen. Hat sich aber gezeigt, dass das wirklich oft genutzt wird. Ich benutze immer die Widgets da auf der rechten Seite, aber irgendwie die Kollegen wollen das. Und dann nehmen wir es jetzt natürlich nicht weg. Ich hatte eigentlich nur das Lückenfüller drin. Social Media, Marken, einfach, dass man da schnell da ist. Die Eigenentwicklungen hatte ich eben schon erwähnt. Wir haben dieses Language Makro gebaut. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen. Nur eben als Story nebenan. Es gab sowas, war ziemlich teuer, konnte nicht so viel. Und dann haben wir uns gedacht, können wir doch selber bauen. Und wirklich innerhalb von einem Tag hatten wir dieses Makro gebaut. Was kann das? Das kann eben ein Body Text anzeigen, wo ich den Inhalt einer Sprache zuweisen kann. Auf einer Seite. Darum geht es. Ich sage jetzt hier zum Beispiel links, das ist der Deutsch Text. Darunter, das ist der Default Text. Also vielleicht dann halt Englisch. Und dann wird eben, wenn der User auf die Seite kommt, nur seine Sprache ausgespielt. Finden wir sehr, sehr nützlich und hat dann eben entsprechend kein Geld gekostet. Hier ein Beispiel. GoToMeeting, Türschild. Okay. Wir sehen hier die englische Version und dann hier eben die deutsche Version. An der URL sehen wir das Ding. Komplett gleiche Seite. Ist halt nur eben anders ausgespielt. Ich finde es ganz spannend. Hatten wir damals so vor zwei Jahren nicht gefunden. Auf die schmale Art. Und so umsetzen können. So sieht das dann aus. Vielleicht ein bisschen wild. Aber kriegt man hin. Super. Weitere eigene Entwicklung. Ich habe noch gesagt, wir wollen nicht, dass das ein zweiter Ablageort wird. Wir wollen, dass das Quarko, das Intranet, zu einem Informationsaustausch, Protokolle, aber nicht eben, dass ich meine Word-Protokolle da reinziehe zu Massen oder PDF-Dateien. Haben wir eben zu 50-Megabyte-Upload-Grenze gemacht. Schulen das auch immer. Trotzdem wollen wir ja große Videos zum Beispiel auch dort drin streamen können. Haben wir noch ein kleines, wir nennen es Quarko-Media-System gebaut, basierend auf OwnCloud. Man kann quasi auf OwnCloud was hochladen und dann ein Makro gebaut, indem man diesen Key wie bei YouTube, diesen Share-Link einfügt und dann kann man auf einer Quarko-Seite die Videos streamen. Das ist ein Vorteil, wenn man irgendwie 100 Megabyte große Videos in Quarko drin hat, im Intranet, im Confluence, wurde es doch ziemlich behäbig und so haben wir quasi das Streaming ausgelagert. Gleich ein bisschen zu technisch. Ich wollte es erwähnen, weil es auch ein kleiner Baustein ist, der es eben wieder ein bisschen besser für die Kollegen macht, alles an einem Ort zu haben. Kommen wir mal zu den Mitarbeitern, die unterwegs sind, die eben in den, entweder der Vertrieb, der unterwegs ist oder in den, die Produktionsmitarbeiter. Wir haben uns auch die Linchpin-App individualisieren lassen mit unseren CI-Farben und wer sie kennt, erkennt sie jetzt sofort wieder. Ich finde, es sieht klasse aus. Es hat unten diese vier Icons. Es ist super einfach zu benutzen. Wir haben, wenn man die News anschaut, das ist wirklich eine News. Klar, die Mediendesigner haben natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, aber wenn man das auf dem Handy anschaut, auf dem iPhone mit einem schönen großen Display, sieht es einfach super hochwertig aus und es sind die Inhalte aus unserem Intranet. Man sieht, diese News hatten wir eben ja gerade auch gesehen. Das ist einfach toll. Man sieht, die gefällt mir. Es funktioniert. Wir haben auch Security-mäßig quasi die Face-ID oder halt PIN-Eingabe draufgesetzt, aber ansonsten kann es im Store runtergeladen werden und dann ist man mittendran dabei. Das Konzept wird ja trotzdem umgesetzt, das Sicherheitskonzept, das heißt, der Mitarbeiter aus UK sieht ja trotzdem nur seine Inhalte, da er ja durch die AD synchronisiert, die Gruppe direkt erzeugt wurde, passt also. Er sieht nur die Inhalte, die er auch sehen darf. Auch das Wiki ist ja auch, da stehen ja Sachen drin, groupweit, hey, mein VPN geht nicht. Das ist ja natürlich blöd, wenn ich das am Rechner nur machen kann, indem ich VPN brauche. Mit der App kann ich dann eben diese Inhalte mir holen und suchen. Auch da haben wir so ein paar Makros drin, die passen und dann läuft's. Runterzuladen einfach im App Store für die Mitarbeiter weltweit, also ein leichtes. Wen haben wir damit abgeholt? Gut, definitiv den Vertrieb, teilweise die Produktion, okay, vielleicht sind die nicht so motiviert, da so direkt am Puls zu sein, aber auch da konnten wir ein paar mitnehmen. In den Niederlanden zum Beispiel, am Standort dort haben wir es geschafft, dass wir die Mitarbeiter damit ausstatten. Da ist vielleicht der kulturelle Unterschied auch ein bisschen anders. Da sehe ich auch den Vorteil von unserem Internet. Wir können wirklich auf die Kulturen eingehen. In Deutschland ist der Mitarbeiter da vielleicht nicht so gewillt, dass er sich auf sein privates Handy draufzuspielen. Dann haben wir noch die Lösung für die Kantine, eben für die Mitarbeiter in der Produktion. Die sind ja definitiv in der Kantine und kommen dort immer vorbei. Dort haben wir dieses Touch benutzt. Habe jetzt heute in den Tracks noch nicht gesehen. Weiß nicht, ob das nicht so viele haben. Wir haben es an zwei Standorten in Würzburg und jetzt auch in den Niederlanden ausgerollt. Es ist quasi so ein Megabildschirm, den wir da gekauft haben. Hätte vielleicht ein bisschen besserer sein können, aber wir wollten es erst mal testen und jetzt hängt er da. Alles gut. Hier sehen wir jetzt, wie das aussehen kann. Das sind vier Kacheln. Entschuldigung für die schlechten Bilder. Ich bin jetzt wegen Corona nicht mehr hingekommen und irgendwie sind die Bilder von damals, vom Start. Aber wir sehen vier Kacheln. Man kann jeder Kachel eine Confluence-Seite zuweisen. Man kann das Logo einblenden. Man kann zwei Menüs rechts und unten. Dort haben wir zum Beispiel wichtige Telefonnummern, Firmenwerken zu verkaufen. Ist da so eine Aktion. Das heißt, das öffnet sich dann. Unten haben wir den YouTube-Kanal dieser Marke und die Webseite dieser Marke. Damit, falls man auf die Webseite gehen will, kann man dort entsprechend holen. Wir haben, wie gesagt, diese vier Kacheln, die man separat bespielen kann. Oben links jetzt mal so ein Hallo, Willkommen bei Palman. Dann die News. Dann Mitarbeiter des Monats, glaube ich, wird jetzt nicht mehr gemacht. Aber das kann ja der Standort selber bestimmen, was er dort haben will und die Termine, die dort sind. Ganz coole Geschichte. Da ist auch so eine Art Interaktion. Wenn man länger nicht mitarbeitet, dann zoomt es so ran. Also echt toll. Und dann kann man sich das anschauen. Das war touch. Eigentlich echt eine coole Geschichte. Zwei, drei Feinheiten müsste man da schon noch machen. Manchmal läuft es nicht ganz so rund im Sinn von das, was man auf den Content drauf macht. Ihr seht ja, das ist ja viel gekachelt. Das heißt, er ist ja dann viel kleiner, muss man ein bisschen doktern. Aber auch das kriegt man mit der Hilfe von Cybermedia hin. Und ich wurde da immer gut unterstützt. Also da nochmal Danke an euch. Die Rollout-Strategie. Für uns wirklich der zentrale Punkt in diesem Projekt. Das, was wir jetzt gesehen haben, ist ja mehr oder weniger in allen Firmen so ein bisschen das Gleiche gewesen. Wir haben uns aber trotzdem auf die Rollout-Strategie sehr fokussiert. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Jeden Standort haben wir individuell angeschaut. Muss man auch, um sie Kollegen mitzunehmen. Wir sind ein Nicht-IT-Unternehmen. Die Mitarbeiter sind nicht ganz so affin mit IT-Systemen. Wir hatten kein Confluence am Anfang. Muss man alles mit beachten. Und aus dem Grund haben wir den Menschen mitnehmen wollen. Wir haben Online-Meetings gemacht zur Vorstellung des Termins. Wir haben also quasi in UK angerufen, haben den Chef angerufen, haben gesagt, hey, ein neues Intranet kommt. Haben dem das in so ein paar, zwei, drei Support-Sessions gezeigt. Und dann hatten wir ein drei bis vier Tage Rollout vor Ort. Wir haben quasi nur dieses Meeting gemacht mit dem Geschäftsführer und vielleicht mit einem Communications-Mitarbeiter, um zu sagen, hier ist es, wir haben was Tolles, wir wollen es zu eurem Intranet machen. Und dann haben wir gesagt, wir erzählen euch jetzt nicht ganz so viel. Wir kommen und wir machen das mit euch. Drei Tage, der vierte Tag ist optional, intensive Confluence-Schulung vom Kernteam vor Ort. Also wirklich, Confluence war nicht bekannt. Deshalb haben wir einen Tag richtiges Confluence-Schulung gemacht. Das Berechtigungskonzept und so weiter und so fort. Also alles, was damit zu tun hat. Am zweiten Tag kannten die Leute das und wir konnten dann direkt den Hackathon machen. Also die Content Creation nennen wir es. Nimm deine Dokumente rein. Mach die Menüstruktur für deinen Standort. Ihr erinnert euch, der vierte Menüpunkt Ulm. Da wurden die Sachen reingehackt. Wie sah das aus? So sah das aus. Da saßen wir dann, hatten schön Obst und Gemüse und Getränke und haben den ganzen Tag Content reingehackt. Mein Kollege und ich, wir waren dabei, wir sind rumgegangen. Wir haben geholfen, waren meistens so fünf, sechs Mitarbeiter. Und dann hat es riesen Spaß gemacht und an dem Tag am Abend war der Content drin zu 80 Prozent. Und damit kann man starten. Der dritte Tag war dann, CEO stellt sich vor seine Mannschaft, so ein kleiner Belegschaft-Meeting und dann go live, Leute. Tschakka, wir haben das Internet live. Klasse Sache mit Handy, mit Desktop. Und dann sind wir wiedergekommen und haben es den Mitarbeitern auch nochmal den ganzen Tag geschult. In kleinen Gruppen, zehn Leute, eine Stunde, die Key Features erstellt. Wie kommst du rein? Was ist deine News? Wie likest du? Wie kommentierst du? Wie suchst du? Wie schaust du Profile von anderen an? Alles das wirklich in einer kleinen Schulung. Und der vierte Tag, wenn der Standort sehr motiviert war, eben eine intensive Conference-Schulung. So sah der Kick-Off am dritten Tag bei unserem Standort aus. Der einzige Tag, an dem ich im Unternehmen einen Anzug anhatte, war mir wichtig. Hat doch geklappt. Ja, Corona-Zeiten sieht das Ganze so aus. Müssen wir uns da natürlich auch dran gewöhnen. Muss aber ganz ehrlich sagen, das, was in drei Tagen vor Ort passiert, klappt jetzt in zwei Monaten online. Weil die Leute eben nicht da sind. Man kann sie nicht catchen. Man kann nicht hinter ihnen herlaufen und sagen, dann machst du es jetzt. Ihr seht hier unten rechts, einer ist sogar im Auto. Er ist natürlich nicht ganz dabei, ne? Ich freue mich wieder, wenn wir wieder vor Ort gehen können, ist klar. Aber auch das geht. Kollegen motivieren und schulen. Braucht noch fünf Minuten. Ich hoffe, das ist okay. Kollegen motivieren und schulen ist quasi daraus resultierend im Nachgang auch eine wichtige Geschichte. Es kommen ja Kollegen dazu. Man hat ja nicht nur ein Rollout, sondern es kommen wieder Kollegen dazu. Manche vergessen auch wieder was. Was haben wir gemacht? Ich habe ein umfangreiches Schulungskonzept mir überlegt. Silver, Gold, Platin Level habe ich es gesagt. Okay. Ein bisschen Spaß dabei. Und die Leute konnten sich dort eben einschreiben. Vor Corona live im Schulungszentrum bei uns quasi. Einfach ein Raum mit 20 Plätzen. Und da habe ich dann die Schulung gemacht. Eigentlich als Präsenzschulung. Jetzt natürlich online. Dann haben wir ein Konzept für den Vertrieb ausgearbeitet. Weil der Vertrieb, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist der Vertrieb so. Nee, also tagsüber geht nicht. Morgens bin ich im Auto unterwegs zum Kunden. Tagsüber beim Kunden. Abends wieder im Auto. Also habe ich keine Zeit, sorry. Und dafür haben wir ein Lerne-Confluence in Confluence gemacht. Und damit konnten sie sich dann weiterentwickeln. Hat ein Azubi von mir gemacht. Sind so 40 Seiten. So Schritt für Schritt. Mach einen Kommentar. Mach einen Like. Und er kriegt dann die Likes zu. Und gibt ihn dann frei für den nächsten Schritt. Ganz nette Geschichte. So sieht dann so eine Seite aus, wo ich meine Schulungen anbiete. Also hier Confluence Quarküberblick ist so eine kleine Schulung. Dann gibt es den Silver Level. Bereich erstellen, Tastenkürze, Seiten erstellen, den Editor kennenlernen. Und das, finde ich, war sehr wichtig, um die Leute abzuholen. Ich kriege auch fast wöchentlich eine Frage, wann ist denn die nächste Schulung? Also das wollen die Leute auch. Kostet Zeit. Aber sie kriegen danach auch ein Zertifikat. Hier hat an der Schulung teilgenommen. Ja, ich drücke mir sowieso auch ganz gern aus. Manchmal hängt es hin. Bringt natürlich nichts außer Motivation. Ich finde es ganz nett. Zahlen und Fakten. Wir sind fast am Ende. Ich finde es, in den anderen Tracks, als die Zahlen und Fakten kamen, fand ich es sehr spannend, das mit unseren zu vergleichen. Wir haben 825 Bereiche. Das hört sich ganz schön viel an bei 1200 Mitarbeitern. Wir haben 103.000 Seiten. Ich habe vorhin in einem Track gehört mit 60.000 Seiten. Und der hat sich fast entschuldigt dafür, dass es so viel sind. So what? Das ist doch ein digitales System, oder? Es darf nur kein Müll entstehen. Dafür sorgen wir. Aber wenn der Content hochwertig ist, dann passen für mich auch viele Seiten. Wir gehen auch durch und löschen manchmal. Fragen die Kollegen. Fragen verwaiste Bereiche ab. Aber wenn das alles hochwertig ist, passt das für mich. Hauptstandort in Ulm, kommen wir ein bisschen zur Wahrheit, verwendet sehr gut. Die Gesellschaften haben jetzt in Corona sehr angezogen, am Anfang sehr verhalten. Wie gesagt, wir haben Juli 2019 in Ulm gestartet. Jetzt haben wir Dezember 2020. Es wird sehr gut jetzt seit Corona bei uns noch mehr benutzt. Davor war es eben die Informationsaustausch. Jetzt ist es wirklich auch der Projektaustausch übergreifend. Das freut mich sehr. Vielleicht hätte es auch ohne Corona geklappt. Ich weiß nicht, weil wir waren ja genau überlappend. Aber nichtsdestotrotz passt für mich. Circa 550 User täglich drin. Jeder ist ja nicht immer täglich drin. Und deshalb finde ich bei 1.300 Mitarbeiter 550 täglich drin. Eine gute Zahl. Schulungen, 50 Schulungen insgesamt schon. Also reelle Schulungen, nicht Online-Schulungen gemacht. Ganz schön zeitaufwendig. Was benutzen wir noch für Apps? Draw.io, fast nicht mehr wegzudenken. Lynchpin, haben wir darüber gesprochen. Scroll PDF-Exporter, habe ich eben in dem Track auch gehört. Ich bin immer der Meinung gewesen, ich brauche doch keinen PDF-Exporter, wenn ich ein digitales System habe. Ich habe doch die App dabei. Habe aber verstehen müssen, dass ein guter PDF-Export richtig viel wert ist. Unsere PM-News, also die Product-Management-News für unsere Klebeprodukte werden jetzt auch rein digital in Confluence erzeugt und mit dem PDF-Export hochwertig exportiert. Das wäre ohne dieses Scroll-PDF nicht passiert. Excel-Tabellen, okay. Und den Presenter für Confluence benutzen wir, weil mein Ansatz immer ist, no double content. Wenn ich eine Präsentation mache, dann muss ich in PowerPoint die Inhalte aber vorher in Confluence gebrainstormt hat. Dann mach es doch gleich da drin. Gut, meine Präsentation ist jetzt ja auch PowerPoint, sorry dafür. Aber viele meiner Präsentationen mache ich nur noch in Confluence. Auch eine Herausforderung, Technik. Wir haben leider kein Single Sign-On aktuell, haben wir nicht hingekriegt. Das heißt, die User müssen sich einloggen, klar, mit ihrem Group-AD-Login, also das Passwort und Benutzernamen kennen sie. Aber irgendwie wäre es an den Standortrechnern schön, Single Sign-On zu haben. Systemspeed an allen Standorten, das ist leider noch nicht gleich groß. Vielleicht kriegen wir das nächstes Jahr mit DC hin. Push-Notification in der App wären toll. Jetzt sagt die alle, hey, das geht doch. Ja, aber unsere Policy erlaubt es nicht. Das ist schade. Das Mindset der Kollegen, es ist ein anderes Arbeiten. Ich denke mal, das ist uns allen klar. Es ist nicht mehr die E-Mail raushauen. Es ist nicht mehr das Wörtdokument danach schreiben, sondern es ist in dem Meeting die Meeting-Note schreiben. Es ist die Leute erwähnen, das Mentioning, das Beobachten, das Teilen. Das sind alles neue Ideen, die zumindest bei uns in unserem Industrieunternehmen gar nicht da waren. Also, das ist schon eine Herausforderung. Man muss die Leute an dieses andere Arbeiten gewöhnen. Weg von der E-Mail und weg von Word hin zu echter Kollaboration. Das ist das auch, was mir Spaß macht, ist aber definitiv eine Herausforderung. Aufgaben und Propokolle sind nicht einheitlich, haben wir vorhin schon gesagt. Der Content muss hochwertig sein. Dafür muss es eine News-Strategie geben. Das ist jetzt, seitdem ich diesen Vortrag hier gemacht habe vor vier Monaten, ist das jetzt schon super viel besser geworden. Also, auch da kurze Zeit bringt was. Und das unterschiedliche Engagement der Abteilung, klar. Die muss man abholen. Take-Home-Message, Standorte individuell wahrnehmen und ernst nehmen. Die Sprache und der Hinhalt muss respektiert werden. Keine Angst vor Veränderung haben. Die Schlüssel war bei uns die Rollout-Strategie. Das perfekte System gibt es nicht. Das mussten wir uns auch immer sagen. Es ist eine never-ending-Story, zumindest für uns. Man muss immer dranbleiben. Und deshalb durchhalten und trotzdem Erfolge feiern. Sonst wird es hart. Danke. Das war das Thema Quarko bei der UCLUTS Group. Und falls ihr Fragen habt, würde ich mich freuen, wenn man in den Austausch gehen kann. Und ansonsten danke fürs Zuhören, Zuschauen. Ja, super, Dennis. Vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr coolen und spannenden Vortrag. Also da waren Einblicke dabei, die kriegt man, glaube ich, so nicht an jeder Stelle. Und von daher, also von meiner Seite aus schon mal vielen, vielen Dank. Im Chat ist tatsächlich auch noch was passiert. Selbst zu dieser späten Zeit. Du hattest ja den letzten Vortragsslot zugelost bekommen im Vorfeld. Und zwar gab es einige Fragen. Ich würde einfach mal direkt einsteigen mit einer, die eher nur so an der Oberfläche kratzt zum Warmwerden. Und zwar gab es bei deinem französischen Dashboard, das du gezeigt hast, die Frage, das News ist ja kein französisches Wort, oder? Ja, korrekt. Haben wir auch mit den Franzosen so besprochen. Aber die fanden das News, hat sich anscheinend eingebürgert. Also ja, fanden wir auch so, aber wollten die so lassen. Und dann respektieren wir das auch. Dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, die Frage ist damit ausreichend geklärt. Ja? Okay. Es gab noch eine weitere Frage. Und zwar bezieht die sich auf die Touch-Lösung, die ihr bei euch in den produzierenden Betrieben einsetzt. Da war die Frage, wird die denn überhaupt genutzt regelmäßig? Weil ihr habt ja auch über die Mobile-App zum Beispiel die Möglichkeit, dass jeder Mitarbeiter individuell auf das System zugreifen kann. Also ist die Touch-Lösung, die ihr da ausgerollt habt, ist die beliebt oder wie sieht die Nutzung da aus? Hast du da Erfahrungswerte? Genau. Was du gesagt hast mit dem, jeder hat ja individuell mit der App, das Wort individuell, das stimmt ja. Ich meine, mit dem Touch kann er nicht in seinen eigenen Kommentar. Das ist wirklich ein Nachteil. Die Niederländer, da waren wir auch super im Gespräch. Hey, können wir das nicht so machen, dass die sich immer einloggen können? Macht natürlich keinen Sinn bei der Touch-Variante. Um auf die Frage zu antworten, die Inhalte sind da. Die Inhalte werden gezeigt und die News werden ausgespielt in der Kantine. Es wird auch drauf getatscht, aber es ist natürlich, ja, wie soll man das messen? Die Inhalte werden schon gelesen. Das spiegeln mir die Leute. In den Niederlanden wollen sie es immer noch mehr forcieren. Ich glaube, die Wirkung ist da, dass man überhaupt, dass die Produktionsmitarbeiter, die sonst keine Verbindung zum Intranet haben, wenigstens sehen, ah ja, da ist es ja, lass mich nochmal hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass da dauernd dran rumgemacht wird und geschaut wird. Ich weiß aber nicht, ob das das Ziel sein soll. Für mich heißt es, ja, es könnte mehr benutzt werden. Aber ich glaube, das Ziel ist schon erreicht. Super, danke dir. Es gab noch eine Frage, auch vom Jürgen Werner von der CSAG, der gerade ja selber seinen Vortrag noch gehalten hatte. Von ihm kam auch die Frage nach Linchpin Touch. Und zwar hat er noch eine weitere Frage. Und zwar habt ihr Erfahrungen zu den E-Mail-Quoten? Also konnte der E-Mail-Verkehr durch die Einführung von Linchpin, konnte der gesenkt werden? Und wenn ja, habt ihr eine Idee, in welchem Umfang das passiert ist? Also grundsätzlich ist der E-Mail-Verkehr, also die reine E-Mail-Verkehr ist natürlich gestiegen, weil Confluence natürlich E-Mails raushaut ohne Ende. Das ist bei uns auch die Herausforderung, dass die Leute manchmal nicht verstehen, warum ich die E-Mail jetzt bekomme. Das habe ich fast jede Woche. Einmal so, die E-Mail will ich nicht. Das ist das, dieser Mindset, den ich vorhin verstanden gemeint habe. Aber ich glaube, er meint natürlich was anderes, ob diese direkte E-Mail-Kommunikation gesunken ist. Und die ist definitiv gesunken. Also das ist in unserem Unternehmen, die so ein Arbeiten noch nicht kannten. Das Teilen reduziert es dramatisch. Die Meeting-Notes werden jetzt quasi per Confluence-Notification rausgeschickt. Und das kann ich definitiv, anders wie beim Touch, wo ich jetzt so ein bisschen mich rausgewunden habe und es besser haben wollen würde, da kann ich definitiv sagen, das ist der absolute Brüller. Ich sage meinen Leuten auch, sorry, ich schreibe keine E-Mail mehr. Bei mir geht alles über das Confluence. Ich muss natürlich Vorreiter sein, aber wir sehen es auch in den einzelnen Abteilungen. Es wird benutzt. Deshalb haben wir auch diese 106.000 Seiten, die ich voll okay finde. Also ja, der wurde drastisch reduziert. Es ist sogar so weit gekommen. Kurz noch eine Story. Das finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, wie man das einordnen soll. Aber wir haben noch Lotus Notes. Okay, huu, mit dem, mit dem, also sehr alt. Und wir wollen gerade auf irgendein anderes System Microsoft ändern. Und dann ist wirklich vor drei Wochen der Vorstand gekommen und hat gesagt, hey, Jira und Confluence ist doch der Brüller. Das löst doch E-Mails ab. Brauchen wir überhaupt noch E-Mail? Na gut, fand ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber diese Aussage zeigt schon, dass es drastisch gesunken ist, sogar beim Vorstand. Ja, sehr spannend. Also das ist, glaube ich, ein Phänomen, das kann man überall beobachten. Also bei uns, bei Sabit Media, uns geht es ja da genauso. Wenn man eine Woche Urlaub hat, hat man danach 500 bis 1.000 E-Mails in der Inbox. Aber das sind ja alles nur Benachrichtigungen zu Aktivitäten, die stattgefunden haben. Von daher, wie du sagst, ja, also der echte E-Mail-Verkehr lässt sich da wahrscheinlich sehr, sehr stark reduzieren. Und Informationen liegen am Ende natürlich sinnvoll in einem zentralen System für Alarm. Also sehr, sehr cool. Genau, das hatten wir auch in einem anderen Vortrag vorhin. Das ist natürlich, ich glaube, das war sogar er, der das gesagt hat, das ist natürlich immer das Thema. Meeting-Notes, Meeting-Notes, Meeting-Notes. Leute, das geht nicht, dass ihr die per E-Wort rumschickt. Das fand ich super von ihm auch. Genau, das ist klasse. Wir haben noch nicht mal, muss ich bei uns sagen, wir haben kein Chat-System, nichts. Und sogar das ist ja nochmal ein Katalysator, wenn man kein Chat-System hat, sondern nur E-Mail. Und dann macht man es in Confluence, ja. Wir sind jetzt zwar schon über der Zeit, aber da uns eingangs gesagt wurde, dass wir hier den letzten Slot haben und wir deswegen auch nach hinten raus ein bisschen überziehen können, würde ich gerne die Fragen, die jetzt über den Chat auch während der Q&A-Session noch reingekommen sind, auch noch an dich weiterleiten. Sehr gerne. Und zwar gab es eine Frage zur App, die ihr einsetzt. Da würde ich vielleicht sogar selbst die Antwort geben. Und zwar die Frage war, ist die Linspin-App gebrandet? Und du hast es in deinem Vortrag ja ganz schön gezeigt, mit Screenshots und allem. Also die Quarko-App, das ist eine angepasste App, ja. Ja, korrekt. Es gab eine Folgefrage allerdings dazu und da könntest du natürlich jetzt wieder etwas dazu sagen. Und zwar können auch Mitarbeiter ohne Firmenhandy die App installieren. Wenn ja, wie viele nutzen das? Korrekt. Also ja, sie dürfen. Wir haben jetzt keinen hier, genau. Also sie ist ja im App-Store da. Man muss einen User-Account haben. Sie dürfen das auch. Wie viele nutzen das? Wüsste ich auch gern. Also die richtige Zahl wüsste ich auch gern. Tracken wir nicht. Aber ich weiß es ja durch meine Schulungen. Und dort haben es die ganzen Leute. Aber wer jetzt von der Produktion das benutzt, weiß ich nicht. Wir haben gute Benutzungen. Aber die richtige Zahl wüsste ich gern. Für mich ist es ausreichend, weil es ja auch so ein Thema ist. Hey Leute, hast du die App? Nee, okay, installiere ich. Und ich sehe es ja dann auch in den Dings. Aber nee, diese richtige Zahl weiß ich nicht. Sorry. Aber es ist schon so, dass die App auf euch auch angenommen wird. Also du kriegst ja wahrscheinlich auch hier und da mal ein Feedback. Also das hat sich auf jeden Fall rentiert für euch. Und du bist da, du stehst auch hinter dem App-Projekt, sag ich mal. Meist kriege ich ja nur das Feedback, wenn es nicht funktioniert. Aber ja, genau. Aber das hält sich auch in Grenzen. Also ja, jetzt zum Beispiel, wo kriege ich es mit? Wir haben dieses Add-on Excel-Tabellen, was ich eben gezeigt habe. Und das ist in der App nicht sichtbar. So, jetzt kriege ich gerade im Moment wirklich jede Woche einmal, hey, meine Excel-Tabelle ist nicht sichtbar. Sorry, das geht nicht. Also das habe ich jetzt heute von Frankreich bekommen, vorgestern von UK. Also ja, sie wird definitiv benutzt. Und das sind dann natürlich auch so limitierende Faktoren, wo ich sage, ja, nee, alles geht halt nicht. Und Seiten bearbeiten kannst du auch nicht, weil wahrscheinlich würdest du es auch nicht schön machen. Man kann dann schon argumentieren, warum das nicht so geht, muss trotzdem Lösungen finden. Ich finde aber trotzdem wichtig, dass auch die Inhalte zu sehen sind, weil auch gerade dieses Wiki, das wird gut benutzt. Vertriebler benutzen es gut, aber gut, die haben natürlich viele Handys, ne? Ja, ich hätte noch eine persönliche Frage, beziehungsweise eine Frage, die von mir kommt. Und zwar, du hattest in deinem Vortrag angesprochen, dass euer System ja Quarko heißt. Und dass du aber überhaupt nicht darauf eingehen möchtest, warum das so ist. Und diese Frage, die verfolgt mich jetzt tatsächlich schon im kompletten Vortrag. Und ich würde dich jetzt einfach bitten, gerne auch in einer privaten Session im Anschluss, da für mich nochmal Licht ins Blögel zu bringen. Wolltest du jetzt erklären? Also gerne. Ich glaube, wenn uns noch jemand zuschaut, dann sind die Leute auf jeden Fall darin interessiert. Okay, cool. Also ich habe es nicht im Vortrag, weil es echt, ja, sehr irrelevant. Aber es heißt Quarko, es kam von den 80er Jahren, gab es ein Gremium, das hieß Qualitätskonferenz. Und abgekürzt halt Quarko, wie gesagt, in den 70er, 80er Jahren, der Vater von den jetzigen Geschäftsführern. Und der ist immer nach Hause, die war kurz vor der Mittagspause, der ist immer zu spät nach Hause gekommen. Die Frau hat mit dem Essen gewartet und dann hat er gesagt, ach, warst du wieder bei der Quatschkopfrunde? Auch verkürzt Quarko, Quatschkopfrunde, Qualitätskontrolle. Und als dann irgendwie 20 Jahre später gefragt wurde, wie soll das Quarko heißen, haben alle gesagt, natürlich Quarko, weil es ist ja eine Quatschkopfrunde. Da geht es ja ums Quatschen, da geht es um eine Runde. Also daher kommt es. Und wir haben dann vor zwei Jahren gesagt, hey, das hört sich an wie so ein Frosch und haben dann das Logo von unseren Design-Mädels erstellen lassen, dieser Frosch. Und auch noch eine nette Geschichte, wenn wir, allerdings keine Werbung ist es jetzt, aber es ist halt so, wenn wir in diese Hackathons gehen mit unseren Gesellschaften, sind jetzt vorbei, weil wir ja alle on-boardet sind. Aber wenn ich die Schulungen mache, was bringen wir mit? Die Haribo Quacksies sind auch Frösche, sehen fast so aus wie unser Logo. Und das ist immer das Highlight, wenn ich dann eine Frage stelle, die Leute quasi was antworten, was richtig, dann gehe ich da mit meinem Fröschchen vorbei und dann hat man diese Assoziation zum Quarko auch noch gleich. Das ist ja sehr, sehr cool. Da vielleicht noch eine kleine Parallele zu Cybermedia. Diese Frösche gibt es bei uns tatsächlich auch überall als kleine Auslage, weil ja auch unsere Unternehmensfarbe in so einem Grünton ist. Bei euch ist es ja so ein Türkis, also auch da wieder, das passt ganz gut. Es gibt auch hier bei uns intern schon die ersten Rufe, die fordern, dass unser Intranet bitte zukünftig auch Quarko heißt. Also vielleicht würden wir uns dann bei euch nochmal ein wenig Expertise bei der Namensgebung einkaufen demnächst. Und dann können sie sich dann ja auch die Frösche billiger bekommen, wenn man sie palettenweise kauft. Absolut, also wenn wir da irgendwie zusammenfinden würden, das sollten wir dann aber wirklich vielleicht im Nachgang. In kleinerer Runde machen. Also vielleicht der Aufruf an den Chat nochmal an der Stelle auch, wer gerne sich bei einer Bestellung anschließen möchte, sprecht ihn an. Ja, ich schaue nochmal ganz kurz durch. Es gab auf jeden Fall ja auch hier die Forderung, diese Namensfrage öffentlich aufzuklären. Das hast du ja jetzt mit Bravour getan. Und ansonsten, ja, sehr viel Lob eigentlich durch die Bank für den coolen Vortrag. Sehr, sehr spannend. Klasse Vortrag, super Lösung. Ja, Respekt und großes Lob zur Rollout-Strategie auch nochmal. Da bist du ja auch drauf eingegangen. Also kam sehr, sehr gut an. Und ja, ich denke mal, wenn jetzt hier auch von den Zuschauern noch Fragen im Nachgang aufkommen, bist du selbstverständlich auch jederzeit erreichbar. Definitiv. Ich finde auch immer spannend, auch der Austausch, ja, auch mit dir. Wir sind ja auch öfters im E-Mail-Austausch wegen Sachen. Und das ist doch das, was uns vorantreibt. Wir wollen alle, wie wir hier sind, unsere Mitarbeiter enablen, wie man so schön sagt, oder? Dass die gut arbeiten können. Und das fand ich auch in den Sessions davor echt toll. Also auch die Konferenz hat mir mega gefallen. Klasse, klasse Geschichte. Und danke, dass es gefallen hat. Ja, sehr, sehr cool. Also ich kann das nur zurückgeben. Der Austausch ist sehr, sehr, ja, spannend für uns auch immer. Spannend ist so ein Wort. Das ist mittlerweile, glaube ich, hier auch, das gehört einfach zum Inventar. Ich möchte es gar nicht überstrapazieren. Aber ja, das ist natürlich so. Wir müssen schauen, dass wir mit dem Track jetzt nicht zu sehr in die Agile-Collaboration-Richtung abschweifen. So müssen wir den Meet wechseln. Genau. Aber ja, wie gesagt, cooler Vortrag. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Dennis. Danke. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, den Dennis erreicht ihr über wahrscheinlich alle sozialen Medien. Wahrscheinlich. Und im Zweifel auch noch per E-Mail. Ihr habt ja dieser Lotus-Note-Server, der läuft noch, der tut seinen Dienst. Halleluja. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Alles klar. Also, vielen Dank an alle, die bis zum Ende jetzt dabei waren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt alle zusammen nochmal rüber zur Mainstage. Da sitzen wahrscheinlich der Martin und der Adi noch in gemütlicher Runde zusammen. Und dann lassen wir die Tools for Agile Teams gemeinsam gemütlich ausklingen. Danke, Dennis. Danke an alle Zuschauer. Und bis spätestens zum nächsten Jahr. Ciao. 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 Ciao.